Also ich habe eine Funktion und suche die Tangente in einem gegebenen Punkt. Ist eigentlich eine Standardaufgabe. Ein bisschen fies natürlich, dass hier der Sinus drin ist. Aber Tangente heißt immer y gleich mx plus t. Und man muss wissen, dass man m ist f' bei dem Pi. Also hier xy. Also an der Stelle die Ableitung gibt mir meine Steigung. Also muss ich jetzt erst einmal ableiten. Sinus abgeleitet, deswegen macht man es ja. Also f' von x gleich ist dann Kosinus von x. Und f' an der Stelle Pi ist Kosinus von Pi. Und das ist minus 1. Und damit habe ich schon m gleich minus 1. Jo, schön. Und als nächstes schreibe ich das nochmal hin. Also y ist mx plus t. Also y gleich minus 1 mal x plus t. Und kann ja den Punkt einsetzen. Also x ist, weißt du, schön grün. Ja, x ist das Pi. Und y ist 0. Also rein damit. 0 gleich minus 1 mal Pi plus t. Und dann plus Pi. Plus Pi. Und Platz. Und t. Ähm, t ist dann gleich Pi. T gleich Pi. Ergebnis. Ja, y gleich minus x plus Pi. Es ist hübsch. Und da könnte man jetzt noch eine Skizze machen. Einfach nur so. Um zu schauen. Stopp. Also so und so und Sinus und Pi und 2 Pi und 1. Und gesucht war diese Tangente. Naja. Uff, ein bisschen. Also dass die hier die Steigung minus 1 hat. Das könnte sein. Dass es hier bei Pi schneidet. Könnte auch sein. Also spricht ganz viel dafür, dass wir hier y gleich minus x plus Pi. Dass wir das richtig gemacht haben. Und das war die Funktion.